Aktuelle Hochwasserlage – Umspannwerk in Dell-Mensingen bedroht In der Region Ulm, insbesondere im Ortsteil Dell-Mensingen der Stadt Erbach, hat sich die Hochwasserlage in den letzten Tagen dramatisch zugespitzt. Anhaltende Regenfälle haben dazu geführt, dass die Donau und ihre Nebenflüsse über die Ufer getreten sind. Das besonders besorgniserregende Szenario betrifft das Umspannwerk in Dell-Mensingen, das entscheidend für die Stromversorgung der gesamten Region ist. Die Behörden und Rettungskräfte arbeiten rund um die Uhr, um den drohenden Schäden vorzubeugen. Regenfälle und steigende Pegel. Seit fast einer Woche verzeichnen die Wetterdienste kontinuierliche Niederschläge in der Region Ulm. Laut dem Deutschen Wetterdienst DWD fielen im Zeitraum von nur fünf Tagen mehr als 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Dies führte zu einem rapiden Anstieg der Flusspegel, insbesondere der Donau, die das Wasser nicht mehr aufnehmen konnte und über die Ufer trat. Gefährdung des Umspannwerks Das Umspannwerk in Dell-Mensingen, das für die Verteilung von Strom in der Region Ulm und darüber hinaus verantwortlich ist, befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hochwassergebiet. Im Falle von Überflutungen sind schwere Schäden am Umspannwerk zu befürchten, was einen längeren Stromausfall in der Region zur Folge haben könnte. Die Betreiberfirma Transnet BW, die für den Betrieb und die Instanthaltung des Umspannwerks verantwortlich ist, hat bereits Vorkehrungen getroffen, um das Schlimmste zu verhindern. Maßnahmen der Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, THW und zahlreiche Freiwillige sind im Einsatz. Um die Pegelstände zu überwachen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Einsatzleiter Michael Fischer von der Ulmer Feuerwehr betont die Dringlichkeit der Lage. Wir müssen alles geben, um das Umspannwerk zu schützen. Ein Stromausfall in dieser Größenordnung wäre für die Region katastrophal. Zu den getroffenen Maßnahmen gehören das Verstärken der Dämme mit Sandsäcken, das Einrichten von Pumpanlagen zum Abpumpen des Wassers und das Absichern der gefährdeten Bereiche mit Barrieren. Die Behörden haben zudem eine Überwachung rund um die Uhr eingerichtet, um schnell auf Veränderungen der Hochwassersituation reagieren zu können. Betroffene Bevölkerung. Die Bürgerinnen und Bürger von Dell-Mensingen sowie angrenzende Stadtteile wurden frühzeitig informiert und einige wurden bereits evakuiert. Christina Müller, Anwohnerin von Dell-Mensingen, berichtet, wir sind sehr besorgt, aber auch dankbar, dass die Einsatzkräfte so schnell reagiert haben. Die ständige Unsicherheit, ob das Wasser doch noch höhere Pegel erreicht, ist schwer zu ertragen. Lage an anderen kritischen Punkten. Neben dem Umspannwerk in Dell-Mensingen gibt es auch weitere kritische Infrastrukturen in der Region Ulm, die bedroht sind. In Söflingen und Böfingen hat sich die Lage ebenfalls zugespitzt. Dort wurden mehrere Keller und Tiefgaragen überflutet, was zu erheblichen Sachschäden führte. Expertenmeinungen und Prognosen Hydrologie. Experte Dr. Stefan Mayer von der Universität Ulm warnt vor weiteren Regenfällen in den kommenden Tagen, die die Situation verschärfen könnten. Leider sehen wir keine schnelle Besserung der Wetterlage. Es ist wichtig, dass die Schutzmaßnahmen weiterhin aufrechterhalten werden. Auch der Deutsche Wetterdienst prognostiziert weitere Niederschläge und mögliche Gewitter in der Region. Die Behörden haben die Alarmstufe auf rot erhöht und rufen die Bevölkerung zur Wachsamkeit und Vorsicht auf. Koordination und Unterstützung. Die Zusammenarbeit zwischen den lokalen Behörden, Rettungsdiensten und freiwilligen Organisationen läuft bislang reibungslos. Weitere Unterstützung kam vom Land Baden-Württemberg, das zusätzliche Ressourcen und Personal geschickt hat, um die Bewältigung der Krise zu unterstützen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann besuchte persönlich die betroffenen Gebiete und versicherte den Bürgerinnen und Bürgern die volle Unterstützung der Landesregierung. Langfristige Maßnahmen und Konsequenzen Die aktuelle Hochwasserlage zeigt deutlich, wie wichtig präventive Maßnahmen und ein gut koordiniertes Krisenmanagement sind. Die Stadt Ulm und die umliegenden Gemeinden haben bereits begonnen, Pläne für den langfristigen Hochwasserschutz zu entwickeln. Dazu gehören der Ausbau von Rückhaltebecken, die Verstärkung von Dämmen und die Verbesserung der Hochwasservorhersage und Warnsysteme. Einige Experten fordern auch, dass der Klimawandel und seine Auswirkungen stärker in die städtebauliche Planung einbezogen werden. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Extremwetterlagen häufiger auftreten werden, sagt Dr. Meier. Nur so können wir zukünftige Katastrophen möglicherweise vermeiden. Die Lage bleibt weiterhin angespannt und die kommenden Tage werden entscheidend dafür sein, ob die getroffenen Maßnahmen ausreichen, um das Umspannwerk in Delmensingen und die gesamte Region Ulm vor größeren Schäden zu bewahren. Anita Farke, Sonntag, 2. Juni 4.